Vis-à-vis vom Töngelin Museum auf der anderen Seite des Rhein zeigt sich Basel von seiner idyllischen Seite. Kaum zu glauben, dass man hier noch in der Stadt ist. St. Alban ist der grünste Stadtteil von Basel. Und hier war Basel mal zu Ende. Hier befindet sich auch das älteste Gasthaus der Stadt. Der Gasthof zum goldenen Sternen. Ein Lokal mit historischem Grammatikfehler, aber einem schönen Garten und hervorragender Küche.